Der Kader an sich ist er wirklich sehr, sehr gut. Ist er das? Also meiner Meinung nach ist der Rapid-Kader seit Langem wieder mal so einer, dass sie wirklich um Titel mitspielen können. Also die Qualität. Ein Burgstaller hat letztes Jahr noch bei St. Pauli unglaublich performt. Ist jetzt auch trotz seines Alters der Top-Torschütze, obwohl er halt nicht die Bälle bekommt, die er vielleicht gerne bekommen würde. Macht extrem viel Tracksarbeit auch, muss viele Meter gehen. Kenne ich selber aus meiner Rapid-Zeit. Du musst halt einfach auch die Meter machen. Und er geht voran als älterer Spieler. Und das ist einfach wichtig. Und ich glaube, das Wichtige ist auch, dass die Ergebnisse passen, dass die Fans ruhig bleiben, weil dieses Ausscheiden im Herbst ging verdutzt. Und ich habe selber in der zweiten Schweizer Liga gespielt. Da musst du oder hättest du als Rapid einfach drüber kommen müssen. Da gibt es keine Ausreden. Und das war schon so, wo man einfach sagt, das darf Rapid nicht passieren.